Ich mache heute mal eine Sprachnachricht und zwar an meinem Laptop. Ich wünsche euch einen recht schönen guten Abend und später eine gute Nacht. Freundliche Grüße, Wolfgang Das ist das Programm, was ich habe, Videomarker. Die Wolken rot, ein Jäger legt sein Werkzeug hin und schwenkt zum Gruß den Hut. Das ist Feierort, das ist Feierort, das Tagwerk ist vollbracht. Geht alles seiner Heimat zu, ganz am Verschleicht die Nacht.